Ok, jetzt halten wir hier. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt müssen wir extremst aufpassen. Oder auch nicht. Ok, erstmal hier ein bisschen, ähm, hier jetzt wieder die ganze Kacke einsammeln, was wir hier haben liegen lassen, überall, die ganze Zeit über. Ähm, hier was zum Beispiel. Gut, dass wir jetzt so viel von dem Zeug brauchen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es ist okay. Es ist okay. Ich mag es. Ach, und jetzt mal gucken, wo sich die Hygiene hier alle auffallen, oder? Ach, ich habe ja irgendwie gegründet, wo dann laufen lassen da delegieren. Digger, du bist ja verrückt. Haben wir jetzt alle drei, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es noch gibt. Das da. Oder ob es sind die drei. Okay, mehr gibt es nicht. So, hierbei auch noch ein bisschen, äh, Revenant-Munition. Ach, da unten sind uns so Dinge. Kann ich mir auch irgendwann mitnehmen? Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Och, Alter, ernsthaft jetzt? Gleich springe ich. Danke. Bist du, man muss so ein bisschen drohen und schon klappt das Ganze. So, Revenant-Munition sieht jetzt auch wieder ein bisschen besser aus. So. Okay, dann gucken wir mal, ob wir jetzt weiter müssen. Oh, Platzvermunition. Die nutzt ich sehr gerne. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Go, Territormat ist es genommen. Wie kann man so schlecht zielen? Sehr egal. Lass uns doch mal in Ruhe hier. Meine Fresse. So, easy. So, easy. Achso, mit der kann ich ja wieder nicht anvisieren. Mit der kann ich ja nur hier diese... Ja, genau. Nee, das bringt mir gar nichts. Ich brauche also erstmal Fernkampf machen. Komm her, komm, du. Aber was ich hier nutze, kann ich das das Ding. Ja, aber ich vergesse die Dinger fälschen hier aus. Kann ich also auch nicht benutzen. Ach, von daher kommen wir mal hier bei mir hin. Ah, okay. Ah, okay. Das scheiße, denn später eine Geheinfahrt zu geben. Komm her. Oh, erstmal. Oh, jetzt kommst du. Komm her. Trab an. Gehst du jetzt rechts rum, oder was? Oh, komm her. Ja, mach hin. Ey, ab der ersten Tagzeit, komm, teleportier dich. Teleportier dich. Teleportier dich. Vielleicht nicht. Doch, hat sich teleportiert. Ha. Ist das die... Die gehorchen mir aufs Wort. Ich bin the manipulator. The predator. Okay. Hier kann ich jetzt das hier benutzen. Die gehorchen mir auf. Geht doch. Oh mein Gott. Was? Ah, launch health back. Fuck. Au, du ja, weh. Wuh. Boah, Alter. Ich will doch noch genau rein. Ach, du Scheiße. Nein. Wollt er. Lern mal, wo dein Platz ist, Mädel. Fuck. Oh, oh. Ah, Mann, ey. Das ist doch gar nicht. Was, der treffe ich hier nicht. Okay, wird nichts. Boah, ist auch einer. Fuck you. Ich will doch noch 34% leben. Äh, ich bin lecker. Boah. Ich will nur ein paar Gäste aufeinander hetzen. Und warte, bis der Scheiß-Webernets herkommt. Geht doch. Na klar. Ich krieg ne Krise. Jetzt hat der natürlich wieder überlebt. Warum auch nicht. Mann, ey. Was ist denn hier los? Nee. So. Hallo, Alter. Pain Elemental? Was ist denn jetzt? Ja, ich denke, das hat Pain Elemental. Ja, ich denke, ich bin jetzt. Mann, ey. Ich bin so gar nicht. Ist schon traurig, das hat schon, ne? Ist schon echt traurig. Oh, Gott. Ja, komm ganz nah her, damit ich doch ja nicht daneben schießen kann. Ach, Mann. Wie soll ich da nicht sagen? Gibt's noch 4-Helf-Packs? Ach, ja, weiter zurückkomm ich ja gar nicht. Ah, nee. Da, da würde nichts. Ich bin so, wie ich es jetzt nicht verletzen kann. Das ist doch nicht. Ich bin so, wie ich es jetzt nicht verletzen kann. Ich bin so, wie ich es jetzt nicht verletzen kann. So, ich muss mich hier ein bisschen mehr einsetzen. Hä, sind die alle hin? Okay, erstmal auf eine Ecke locken. Dankeschön. So. 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 Das ist hier. Oh, hier bin ich hier wieder auf Formen weiter. Oh, oh. Oh, hier bin ich hier. Easy. So, was muss ich unten wieder aufräumen? Oh Gott, warum ist denn hier schon wieder was? Oh Gott, warum! Aufm Arschweil, Alter. Ernsthaft? Ach Gott. Das gibt's doch gar nicht. Du kannst mich ja nicht einfach von der Klippe werfen. Ja. Oh Gott. Könnte ich einfach alles verstehen, will ich fertig machen? Äh, da ist schon ein großer Raum hier. Ich vernehme die Anwesenheit von Revenants. Okay, vorne ist schon mal Ruhe. Den da hinzu gehe ich wahrscheinlich nicht weg. Dafür zappel ich den da zu viel rum. Äh, kann ich, kann ich vergessen. Jega! Hm? Ja. 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 Oh ja So, jetzt gehe ich da in die Tür rein. Mal gucken, was hier habe ich jetzt erwartet. Okay, bis aufgrund habe ich den schon. Wo kam denn der M hinter mir? Okay. Oh mein Gott. So, was war jetzt? Ach, dein Tool ist geöffnet. Warum denn? Nee, Mann, das geht doch nicht. Wow. Also erstmal ihr beide. Schön langsam, die jungen Pferden, Leute. Schön langsam, ohne sie nicht durchstürzen. So, jetzt kommt der dritte. Ach, schön, dann nehmen wir Pein Elemental. Da würde ich einfach bis zum Plasma raufschießen. Solange mich da nichts mehr regt. Okay. Lelelelele kann ich mit dem nötig anvisieren. Fuck you. Der gewünscht weg. So, es war noch ein Kako-Diemann. Äh, hier, so ein Viech da da. Doch, ist Kako-Diemann. Fuck. Der muss mich natürlich noch mal treffen. Und wieder hat sich irgendwas geöffnet und ich muss gucken, was los ist. Ah, ha. Jetzt hier keine Monster, die hier gleich nochmal hoch springen. Wo ist das denn? Ist das das super? Oh. Ah, dafür haben sich die Schmerzen noch gelohnt. Oh, ich bin wieder hier. Äh, hier wollte ich aber eigentlich gar nicht hin, sondern ich wollte noch da hin. Ach ne, hier bin ich wieder. Ich bin gar nicht am Eingang, sondern bin schon etwas weiter weg. So, die Quest ist, was wir eigentlich schon machen. Oh mein Gott. Wow. Gibt's nur von Hellpack? Ein größeres vielleicht? Hallo? Da nicht. Das geht nicht. Das ist Kollege. Ah, da geht in Richtung. So, was macht ihr denn hier? Ich hab's mit. was hast du denn da unten kein respekt mehr komme ich hier rauf ja ja hier komme ich rauf ok ja immer her damit ganz ehrlich hier kann man immer mal gebrauchen kann man ja hier komme ich wieder ins Ziel rein aber kann es sein dass man hat nicht funktioniert ich habe das richtige genommen oder nein natürlich nicht weißt du was dann nehme ich mir mal gucken ob das funktioniert das funktioniert ist auch für release kandidat 8 aber ich schätze mal das dürfte so weit abwärts kompatibel sein hier werden mir die vorne karten unten angezeigt bullshit das ist bullshit habe ich noch gar keine karten eingesammelt kann das sein so question ist egal ob ja oder nein wo muss ich jetzt hin ja hier hier kommt irgendwas blaus ach leute was liegt denn los mit euch ich bin zu meiner mamie hier komme ich auch nicht hin baue ich mit gelben Skull ich sag ja so paar sachen jetzt weil ich für das Ding fällt auch noch also irgendwas muss ich hier noch machen scheiße das war nicht so gut äh ach nein fuck ich wollte das Ding alles aussammeln nachdem ich die Viecher umgelegt habe ne das Ding also muss ich da da hinten ist das Ding also muss ich da ach so rum ey holte du den hin also weiß ich scheinbar also ich vermute es würdest uns zu wissen wo ich jetzt sprechen muß Die Frage ist, wo sie genau komisch dahin Der ist auch kein Weg oder sowas Alter Die bleibt auch ein bisschen zu lang Das finde ich hier Hat mir echt viel gebracht Ah, von dir aus kann ich dich am besten angreifen Dann weiter sollen wir am besten mal Ach, leck mich doch am Arsch Meine Fresse, leck mich doch am Arsch Meine Fresse Das ist ein bisschen zu langs Hallo? Was machen die denn jetzt schon wieder? Weiß ich, jetzt kein Teleporter? Wie soll ich denn wegkommen? Äh, Henna, hier kann ich doch wieder zurück. Dann bin ich wieder hier. Ich dachte, ich komme so weiter. Ah, Bullshit. Ah, gut. Weiß ich, das ist noch das. Irgendwo muss ich auch das Ding hier hochbekommen. Hallo, Erlander Soils. Jetzt kommt ein Mädel. Oh Gott, das kann ja wieder hier hochkommen. Geht doch. So, jetzt muss ich ganz möglichst schnell irgendwie rauf. So. Jetzt muss ich dann von hier möglichst schnell als so ein Teleporter. Bietet sich wahrscheinlich der da hinten am besten an, ne? So, jetzt sind wir wieder hier. Ohne Skull, ohne alles. Die kann von fast, fast, was muss ich denn jetzt machen? Ich verstehe gerade die Aufkommensstellung nicht so ganz. Also ich habe irgendwo irgendein Schalter gedrückt. Also irgendwann muss ich jetzt irgendwo geöffnet haben. Die Frage ist nur, was hat sich jetzt wo geöffnet? Klar, Ronny, dann werden wir jetzt noch genau rein. Hier geht's noch lang, oder? Oder war das hier nur die Falle? Oh, nee, ich glaube, ich weiß, es ist nicht ausgefallen. Ich verstehe, ich weiß. Oh, nein. Oh, nein. Keine Chance, kannst du machen, was du willst. Ach, schau mal an, das war ein Secret, oh, wow, einfach mal so werden, was du willst, ich habe gleich zwei Secrets gefunden, einmal. Na gut, dann werden wir wenigstens daran, dass der Map jetzt endlich mal herausfinden, wo hier was weitergeht. Aber da kommen wir auch nicht rein, weil wir... Max Story ist ein Secret, aber wir kommen nicht rein. Ist schon leicht illegal. So, wie soll ich denn da oben hinkommen? Leck mich. Ich hab ein, Mädel. Fuck. Ah! 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 Welter 3! Digga, warum so viele Healthpacks? Man kann doch eh nur viel aufnehmen! Maximal! Obwohl, man kann ja hier mehrmals langlaufen! Ah! Hat sich wieder etwas geändert! Ey Leute, ich will nicht, dass ich die Sequels öffne! Ich will, dass ich hier in der Welt weiterkomme! Das kriege ich auch nicht auf! Da kriegt eine Krise! Das kriegt echt zu viel! Ja! Was ist schon wieder? Ach so, es war das Ding ja! Wow! Äh, was ich Teleporta? Hä? Ja! Ja, das kann ich selber! Momentchen! Man! Ja, Leute! Alter, hier komme ich nicht weiter! Ah, Alter, was macht er jetzt hier? Na, Alter! Ah ... Nope! Oh! Ah! 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 Ah, wow. Hat sich der Datting bitte geöffnet? Ah, hier bin ich falsch. Okay. Oh Gott. Hä, von da aus kann ich gar nichts machen, halt, also, ich sollte hier auch erst mal nichts aktivieren, aber für was ist das denn? Außer viel Rüstung, natürlich. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen den blauen Löffel. Mal gucken, was wir mit dem blauen Schlüssel machen können. Das wäre so ein bisschen die blaue Tür. Ja, die da oben ist oder eine rote Tür. So. Hier hinten geht es doch weiter. Ach nee, war einfach nur noch nicht... War einfach nur Graubing, weil noch unbe... Ach, unbewund, unbefleckt. Was hat das jetzt gemacht? Hä, das habe ich doch nicht gedrückt. Ich will das ganze Feld jetzt mal mehrmals drücken, oder was? Ah! Oh mein Gott. Ich weiß nicht... Ach, hier Motorzüge hin. Das ist das Ziel. Ähm, warum? Oh Gott. 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 Welch da wieder hier? Für irgendwas braucht sich doch... Achso, ich erinnere, ob ich das da... Äh, dahinten ist auch immer was... Okay, dann gehe ich also erstmal wieder dahin zurück... Nein, falsche Richtung. Ey, darf man hier immer voll aufgeladen, dein Muss. Ja, komm. Äh, genau, wo ist es jetzt hin? Ist auch egal. So. Nein, hier. Hier, da war der Raum. Und die sollte jetzt auch immer was geben, oder was? Nee. Doch, die sollte was geben. Oh Gott. Ah. Äh, okay. Ich halte dieses, äh, unbesiegbarkeitslige Brief ja nichts, weil ich habe überall einen so weit Weg, dass bis sich das alles halber, die man rankommt, kann. Und würde, das Ding bereits, äh, abgelaufen wäre wieder, weil dieses Held ja noch nicht so kurz. Der unten geht gerade hart auf den Sack. Ich habe auch kein Bock, den hinzubringen, weil es hier reine Munitionverschwendung ist. Okay, das war dumm. Ich halte den ganzen Weg zurück. Ich habe keine Ahnung. Kann ich einfach diese Tür hier aufgehen? Ach, jetzt hat er was geöffnet. Wow. Ja. I don't like this. Vor allem, dass ich überall die Kack-Munition... Oh. Dass ich überall die Kack-Munition mit aufnehme. Ach, guck mal, ist ehrlich, was rauskommt. Das Problem ist, dadurch, dass man hier auf der Seite ist, locken die auch alle mal zu sich hin. Die Frage ist, was soll ich hier in der Mitte machen? Gibt es hier irgendeinen tieferen Sinn hinter den Cyber-Dienern? Oder ist das einfach nur, äh... Langeweile, vertreibt. Langeweile, vertreibt. So, habe ich jetzt hier von irgendwas? Ach, der ist ja noch einer. Ja, das war dumm. Ich muss erst drücken und jetzt hinlaufen. Das war scheiße. Alter, ich kann ja hier gar nicht mehr machen, hier. Däger, wieso gehst du zwischen deiner Beinen durch? Danke. Meine Fresse. Ey, das war ja schon Mobbing hier, ne? Das war ja schon... Mobbing. Kriege ich dich da irgendwie durchweg? Hallo, ich will... Hallo, also ich würde dir gerne helfen, ne? Aber du bist weit oben. Äh, komm mal runter. Bitte. Da werde ich dir auch helfen. Ehrlich. So, jetzt habe ich hier auch noch irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht, wozu das hier alles geht. Einfach kein Plan mehr, was hier für was ist. Ne, groß. Ich habe kein Plan mehr. Ich glaube, ich werde das Ding hier auch in zwei Teile schnippeln. Das ist... Das Ding geht hier anderthalb Stunden, hallo? Das ist so nicht gut. Ne. Und jetzt kommt von der Aufnahme. Ich habe die Aufnahme gar nicht gestartet. Oder ist... Ich bin nach fünf Minuten abgebrochen. Jetzt ist Missfassung, glaube ich, nicht passiert, aber... Hier komme ich überall nur zu bereits vor anderen Räumen. Ich versuche mal, über eine Luft welche Ausrede zu nehmen. Nächste, der hat euch halt schon mal nichts gebracht. Hier oben ist ein Teleporter. Warte, ich frage jetzt, wie komme ich da rauf? Ist das hier so ein Schalter auf dieser? Aha. Hier ist ein Master Key. Nein, 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 nein. Ich wollte ihn befreien, und ich werde ihn befreien. Hallo? Danke. Du verfängter Render. Okay, gut. Jetzt werde ich mir nochmal hier ein bisschen was genehmigen. Äh, ja. Also, alles andere haben wir ja soweit. Das Einzige, was fehlt, sind hier vor ein bisschen. Aber gut, hier kriegen wir auch keine mehr. Da haben wir uns ein bisschen hart verausgabt. Okay, das war's. Aus Ende. Ich will nicht wissen, wie lange die Aufnahme geworden ist. Das war vielleicht die falsche Waffe, um damit ein Spiel zu beenden. Ich nehme mal lieber... Aber jetzt nehme ich dann einfach das hier, guck. Jetzt muss ich mal alles nachladen hier. Digga, ich habe die Waffe. Okay. Dann aber gar schon Mulationen nachholen hier. Oh Gott, das ist auch feinlich. So, dann war ich jetzt das Stadion. Dankeschön. So, jetzt haben wir hoffentlich alles. Okay. Jetzt kann ich auch übrigens gewiss, dass das Level beenden. Das wahrscheinlich... ...mindest so das Hübschen gegangen ist. Okay. In dem Level können wir schon mal kein Licht benutzen. Warum sieht das denn so komisch aus? Haben wir doch davor gespeichert? Nee, das war schon hier. Sehr gut. So, perfekt. Ohne Flashlight gespeichert. Jetzt so. Easy. Nicht, dass wir uns beim nächsten Starte gleich wieder aufhängen hier. Das war ja nicht ganz so pralle. Alter. Ja, eine Stunde für Hützig. Ah gut. Also, ich werde das Ding auf jeden Fall cutten. Ja, das wird ja zurecht. Oh, ich muss auch mal wieder meine Festplatte aufräumen. Da hatte ich ein bisschen Datenmüll angesammelt in der letzten Zeit. Egal. Schaum mit V. Schaum mit V. Schaum mit V. Schaum mit V. Vielen Dank.